ja willkommen mein name ist dann hier und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of syria und ja wir sind immer noch hier in der rusell höhenstraße und ich muss diese höhenstraße passieren wohin aber weiß ich nicht ich gucke einfach mal für totalen kluft wissen wenn ich dann müssen wir zum dämon dimensions rissen aber das werde ich jetzt sehen okay bin ich ja richtig vor allem die dingen zeigt mir irgendwie nicht an was ich machen muss die erste begegnung vor dem kanal okay ich weiß nicht ob ich richtig bin aber ich kann mir mal das level der gegner level 64 ja okay aber er ist schon richtig glaube ich weil er muss klauen glaube ich betitelt wie sehr ich auch gerne dein partner sein werde und da kommt auch wenn man kommt sie auf einmal vom himmel geflogen das wollte ich gar nicht doch wollte ich dafür cool aus und kollision oder angriff der tut immer voll weh das auch steuert layer ist gemerkt ich glaube ich sollte doch wollen hier im team haben und überhaupt nicht sie kann ja nichts kann nur bei fragezeichen gehen kann sie ja ich habe einen titel schwarzer württel den könnte ich mir vielleicht irgendwann aneignen dann lass mir die gruppe so ne ja lese wieder auferstehung und also muss ich vorsichtig sein ich bekomme nur zwei dinger schreitungsverlängerungen ja ja muss vorsichtiger sein direkt den punkt verballert hebel nein okay hier ist ja natur naja das sieht vielleicht nicht so gesund aus aber bin ich schon richtig da bin ich hier in einer optional tanzen was weiß ich ähm du siehst gefährlich aus ich habe nicht ne sind 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 auch schnell sie sich bewegt mit dem bein irgendwie zu stelzen sie kann mir schon immer irgendwie so riesig vor aber das wollte ich noch nie so ansprechen weil es könnte nicht das war auch immer das für ein argument ist ja ich kann nicht alleine aufstehen kämpft jetzt übrigens genau mit dem gleiche kommt diese ganze am anfang spiels hatte ist irgendwie auch geil du hast die zeit angehalten ich habe mich ja irgendwann so am anfang des spiels gewundert weil sie vollkommen andere normale angriff hat als irgendwann anfangen gegensatz zum anfang aber jetzt wird sie die vier wieder hat sie glaube ich anders ich bin mir nicht so sicher ich kann absoluten müll reden wahrscheinlich wissen einige sonst war von was ich rede da sollte ich einfach nur eine mut aber wir kommen noch massig level ups combo bastler auch habe ich 50 ich habe eine 50er kombo geschafft wie das denn ich sag doch richtig in solchen kommen rödingern ich habe sie ja im letzten fall habe ich noch richtig so angesprochen da bekomme ich jeden tiglich fassert nicht der nächste ist bestimmt bei 100 ja wahrscheinlich testes f verdammt schwer zu machen ich gar nicht wissen wie schwer hier verdammt der auferstehung wie er auferstehung weniger das ein punkt weniger hallo ich bekomme sowieso beide letztendlich aber trotzdem werde ich auf den armen und bei dir jetzt auch das letzte dinge ja wir sind dann schon gleich voll aufgelevelt und da bekommen wir irgendwann noch eine lilium kohl das wäre richtig geil sie ist so ein fein nach einem rückwärts schritt ausreich man über mit einer komplexe doppelt so viel erfahrungspunkte nur sie oder die ganze truppe mal gucken so blöd ich bin ein bisschen verwehrt nur weil ich so blöd gesichtsausdruck hat ungefähr den hier ja genau dem eigentlich tschuldigung und ich glaube ich bin hier richtig ja was ist was habt ihr ich wollte berichten über den einbrechenden ich wollte berichten über den einbrechenden boden nachgehen und so aber dann trat aus diesem risk giftiges gas aus verschwinde verschwinde von ihr lange könnt mir ja was ist oh nein das ist mir erst mal mir erst mal es ist ein verfluchter stoff der bei entstehung dieser welt unter erde eingeschlossen wurde wie in tels auf der abis er tötet alles was ihm länger ausgesetzt ist menschen geister pflanzen tiere erscheint schnell heraus zu quellen ich bezweifelt dass es ein einfaches abdecken der öffnung bei diesem druck ausrechnen würde hey rennt um euer leben eine wand aus wind wie willst du das mir erst mal aufhalten mir wenn die vier uns mit ihren geister abschützen können wir wahrscheinlich im ersten mal überleben warum wir das überhaupt nicht vor gewesen ich verstehe nicht darum können wir dann können wir hineingehen um die undichte stelle an der quill zu verschließen da hineingehen ist das dein ernst ich bin immer ernst schau mal jetzt kommen wenn deine heimat statt ist in gefahr da hast du allerdings recht kleine dame ja schon ein bisschen traurig wenn du von einem kleinen mädchen ja korrigiert werden muss elvin eigentlich bist du ganz an sich schon traurig aber was soll es und außerdem ist es lese also war was wieso haben wir so viel übersprungen er muss ich wieder zurücklaufen jetzt kann ich wer das einsammeln mal hätte ich eine ultimative waffe oder so verpasst macht das nicht sieben minuten noch ok ich habe noch zeit ja sind wir ewig geschützt durch das nein was machst du denn also ich will euch mal sehen was er macht der ums und ich liebe diesen angriff ist gut und sagt verdammt ich hoffe mal wird und noch mal richtiges war das nicht so was ja ich wusste es mit sonnen dingen sunsquad hat verbunden und zerstörungsbeißer man sie beruht und allein machst du das ja wusste ich noch gar nicht jetzt weiß ich jetzt bist du dran ich weiß nicht wie man so kommt es an einer rein kann war sowieso noch nicht so kommen meister hier geht es doch mal nicht um da aus dem bisschen geils erledigen serientäter wen denn hast du irgendwelche zeugen spiel was ist das was wollte ich mir jetzt nach gucken weiter was bist du mein sonnenlicht ich verstehe was gleich als der windstein zerbrochen ist erschien auf dem boden ein lichtring was geschieht hier vor was geht hier vor was geschieht hier vor offenbar war diese höhle mit zwei siegeln verschlossen entschuldigung sie wurden anscheinend so eingestellt dass das erd siegel aktiviert wird wenn das wind siegel außer kraft ist eine balance schlussfolgerung und die vier erklären mir dass sie recht hat dieses siegel wurde hier von geistern einer früheren zeitalter spaziert um das mir erst mal im schach zu halten ursprünglich gab es vier siegel jeweils eins für erde wasser wind und feuer aber das feuer und das wasser siegel wurden zerbrochen so konnte das mir erst mal ausreden wer wäre so verrückt die siegel zu brechen niemand es war eine frage der zeit diese siegel wurden von ewigkeiten angebracht wahrscheinlich lange bevor olympius und riesen maxxer getrennt wurden wirklich aber in der höhle wird alles zu neu vielleicht vielleicht konnte die kombination aus den vier siegeln die zeit innerhalb der höhen anhalten richtig es war die einzige möglichkeit dass wir erst mal zu stoppen um also die quelle des miasmas zu gelangen müssen wir das wind und das erzige außer kraft setzen das wind siegel war nur versteckt aber das erzige konnte sich als probleme reisen wir haben nicht viel zeit ich schlage vor dass wir die schwerkraft nutzen um es zu zerstören mit anderen worten wir sollten auf das siegel drauf springen um es zu zerbrechen klar was sollen da schon schief gehen wenn ich weiß ich weiß wenn ich keine bessere idee habe soll ich die klappe halten richtig klingt als müssten wir ein wenig klettern du sprichst du dankeschön nochmal ich habe das gefühl das element wird noch ein paar mal hier vorkommen sonst wäre das zu einfach oder meine spucke erstickt interessiert zwar kein aber ich muss es sagen weil und noch ein ding wo bist du mein sonnenlicht was mir erst mal ja jetzt verdammt das da ist schon mir erst mal muss ich mich beeilen verdammt 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 kann versuchen wir mal weil das schaffen wir nicht mehr entkommen nix zu cloud vernahmend schön sitzt hier haben wir erstmal gleich raus als koala woher ich möchte lieber wenn schon dann muss ich versuche mal zu klauen ok aber ich noch flinke umrundung zu machen so verzweifelt so aber bevor wir zu tode ersticken flüchtig ins menü und wir sehen uns im nächsten part von let's play tales of silla ich bedanke mich fürs zuschauen und sage bye bye so